Willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill Alchemilla. Wir haben die Chance weiterzukommen. Yes. Und das setzt sich halt dadurch zusammen, dass wir einen Schlüssel haben. Mit dem wir uns frei bewegen können. Jetzt ist aber immer noch die Frage, will ich das überhaupt? Door Stuck. Wo soll das eigentlich hinführen, wo ich eigentlich noch nicht war? Also ich war ja überall, also verstehe ich jetzt nicht ganz, was ich mit der Treppe her soll. Aber gut, das ist die Logik von Silent Hill. Von mir aus könnte die Treppe mich irgendwo auf einen anderen Planeten bringen. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier! Äh, Männerklo. Oh, scheiße. Safepoint? Auf dem Klo. Oh nein. Das war eine Falle. Es war eine Trap. Oh, nein. Hätte ich mir eigentlich schon denken können, bei den 15 Liter Blut, die da verteilt lagen. Aber gut. Now I am descending into hell. Was? Ach, du kacke. Is this place a hospital? Sieht das für dich aus wie ein Hospital? Gratulation, wir sind in Albtraumland. Savepoint, savepoint, savepoint. My head hurts. Da war schon direkt wieder der nächste Rätsel. Äh, die Toolbox ist schadet und so weiter. 8, 12, 11, 7. 8, 12, 11, 7. Ich muss übrigens aufpassen. 8, 12, 11, 7. Äh. Locked. I need a key to open it. 8, 12, 11, 7. Ich will hier nicht rumlaufen. 12, 11, 7. Weißt du dir? David, you're blaming twice as much than robot blame. You're dead to be... ...during operation. Ich bin ernsthaft mal gespannt, wohin diese Story führt. Can't open it, can't open it. 8, 12, 11, dingens. 8, 12, 11, 7. 8, 12, 11, 7. It reminds me of the main entrance to the hospital. Was in that place? Ja, du erinnerst dich doch bestimmt an den ganzen Stachel drauf. Schade, kein cleverer Spruch in Bezug aufs Telefon. Äh. Überlegen. Also gut. Hinter mir war nix. 8, 12, 11, 7. 8, 12, 11, 8, 12, 11, 7. What the fuck? I get. Klo-Deko, die ich nicht be... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b... Äh. Ekelhaft. Locked? I need to keep your open. Okay, anscheinend bin ich noch ein Weilchen hier drin. Blut. Das Herz ist immer noch hier. Oh. Au, au, au. Fuck. Äh. 8, 12, 11, 7. Ich weiß, was das ist. Ich weiß es. Den hätte ich nicht drücken dürfen. War der falsche Knopf. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. 12. Äh. 12. 11. Jetzt hab ich eine scheiß Zahl vertauscht. Und hier drinnen ist dann wahrscheinlich 7. Äh, äh, da. Beziehungsweise 8. I can push it anymore. 8. Joseph, you are an excellent surgeon working as a juvenile, but you are responsible for their employees, even though you are not to blame. Ich glaub, ich weiß, was abgeht. Ich glaub, ich bin der Arzt. 8. Äh, falscher Raum. Das ist 12. 12, 12, 12, 12. Nee, das ist die 7. Dann war es hier. Locked from the other side. War ich da nicht grad drin? Nee, momentan, hier war ich drin. 12. 12. Dann hier. Falsche Seite. 11. Und dann hier vorne die 7. After pushing the button, I heard a click of some kind. Ich denke mal die Tür. Nein, die ist immer noch geschlossen. Hier kam ich her. Das waren nur die ekligen Höllen-Close. Vielleicht hat der jetzt irgendeiner der Räume hier einen Gegenstand, den ich rausnehmen kann irgendwo. Das ist broken, can't open. Äh. Ich geh nicht davon aus, dass es hier drin was getan hat. Nö. Alles noch beim alten. Hat sich auch nichts geöffnet. Äh. Wo könnte das sein? Ähm. Hier drin vielleicht? Nö. Das ist zu. Und hier hat sich ebenfalls nichts getan. Warum ist das hier so voll Blut? Oh, oh. Ach, bin ich blöd. Wo kam ich nochmal ursprünglich her? Erste Etage war das, glaube ich, wo ich herkam. Die Toilette mit der Schließbox. Das ist jedenfalls nicht diese Toilette. Äh. Die war das, glaube ich. Einmal safe, please. Ich meinte meiner Mission. Hartes, äh. Rätsel gelöst. Ähm. Äh. Da-da-da-da-da. A rustic key was in the box. You always asking yourself what's in the box? How much what it's in the box is worth? Test war erstmal ein Schlüssel hier an den Türen, die abgeschlossen waren. War hier eine abgeschlossene Tür? Ich mein. The key fits, ha. Oh. Fuck a doodledoo. No. Mios Dio. Oh. Muss ich auch noch an den rumdrehen? Die machen doch Moves, wenn ich das mach. Äh. Muss das wirklich sein? Ich trau dir nicht. Hä? Toll. Das war falsch. Äh. Das ist auch ein Rätsel. Das ist ein ekliges Rätsel. Okay, dann so. Dreh dich. Ich liebe es, wenn ich solche Rätsel löse, indem ich eigentlich nichts mache, außer einfach mal den Knopf ein paar mal drücken. Ach du Schicksal. Ja. Ach du Kacke. Das kann nicht gut werden. Das Ding steht auf. Das sieht mir zu. Ernsthaft. Ich soll es auch noch anfassen. What the fuck? Found a key inside the monster's body. It stings like hell. Ich hoffe, diese Dinger begegnen mir nicht, weil das wird mich töten. Sterilization is one of the most important routines, Nurse Nancy. You have a glitched this rule. Ich kann mir schon denken, was irgendwie vorgegangen ist. Der Typ ist halt bekloppt und silent hillig geworden. Weil der halt irgendwie, weiß ich nicht, der hat wahrscheinlich irgendwie eine Operation oder so verschlampt und deswegen ist der jetzt so psychisch am Ende oder sowas. In erster Linie werde ich jetzt erstmal safen. war auf der Etage ein Safe-Raum. Nein, hier war kein Safe-Raum, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Dementsprechend werde ich dann runtergehen. Ich werde da zum Safe-Raum gehen und dann wird der Part auch erstmal beendet. Das ist eklig hier. Das ist ja schlimm. Fürchterlich. Gewalt. Okay, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.